Herzlich Willkommen bei der Launstein-Konfisserie. Seit 1964 stellen wir hier in Handarbeit die feinsten Pralinen und Schokoladen her. Wir beschäftigen 170 Mitarbeiter an vier Standorten. Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für Industriekaufleute? Prinzipiell ein kaufmännisches Interesse, ein gutes Zahlenverständnis, ein Organisationstalent oder zumindest ein ausgeprägtes Interesse an organisatorischen Abläufen, eine dienstleistungsorientierte Denkweise, Spaß im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln und vor allen Dingen Teamfähigkeit. Lerne ich mehrere Abteilungen kennen? Ihr lernt bei uns das ganze Unternehmen kennen. Ihr lernt wirklich angefangen vom Einkauf über die Produktionsplanung, über die Produktion, die Verpackung, den Versand, den Vertrieb und das Marketing, Verkauf in den eigenen Läden. Ihr lernt wirklich den kompletten Ablauf einmal im ganzen Unternehmen kennen. Was kann mir die Konfisserie bieten? Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen, kein Konzern. Das heißt, dass ein familiäres Betriebsklima ist uns sehr wichtig. Wir haben für unsere Mitarbeiter die unterschiedlichsten Arbeitsmodelle um Familie und Berufe in Einklang zu bringen. Wir bieten eine praxisnahe Ausbildung, sind technisch auf dem neuesten Stand. Das heißt, von unserem Warenwirtschaftssystem, von unserem Server, unserem Webshop, wir sind auf dem neuesten Stand der Technik. Wir bieten unseren Mitarbeitern einen Mitarbeiterrabatt und natürlich ein Naschvergnügen. Jeder kann bei uns so viel probieren und naschen, wie er möchte. Und am Ende natürlich, was für euch vielleicht am wichtigsten ist, wir bieten nicht nur Weiterbildung, sondern auch eine Übernahmechance beim erfolgreichen Abschluss. Sie sprachen vom Naschvergnügen für alle Mitarbeiter. Was ist denn Ihre Lieblingspraline? Schwere Frage. Wir haben so viel Auswahl. Wir haben ja über 200 Pralinen, aber ich denke, für mich persönlich ist es der Gin-Lemon-Drüffel. So, und jetzt kommt mit, jetzt zeige ich euch das Unternehmen. Musik 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 Wenn du neugierig geworden bist, dann wirst du auch deine Lieblingspraline finden. Bewerbe dich jetzt für das Ausbildungsherr 2022 bei der Launstein-Konfisserie. Musik Musik Musik